Mein erster Schritt im Fussball war, ich denke, sieben Jahre alt, bei mir zuhause in Dessin habe ich in der Arena gespielt. Ich denke, es war wahrscheinlich ein Fussballturnier. Mein Vater war noch Trainer. Mein erster Superleg-Tour war sicher speziell und noch mehr, weil es in Lugano war. Ich komme aus Locarno. Locarno-Lugano ist ein bisschen so Derby wie Ibe und Thun. Meine ganze Familie war dort, meine Kollegen. Das ist eine schöne Erinnerung für mich. Ja, ich denke, als ich noch jünger war in Locarno, war ich dann im ersten Jahr beim Challenge-League-Verein Locarno, bin ich ausgeliehen geworden in eine zweite Liga-Interregionalmannschaft. Und ich habe dort auch nicht gespielt. Und dort war ich, ich denke, das tiefste Moment von meiner gar nicht angefangenen Karriere. Und ja, dort war es nicht einfach für mich. Ich habe mir auch überlegt, ob ich weitermachen sollte mit Fussball. Jetzt kann ich sagen, dass es mir sicher weitergebracht hat, mir geholfen hat, stärker zu werden. Heimat. Ja, Thessin, das bedeutet Sonne, schönes Wetter. Nicht, wie es ab und zu im Tunis ist. Aber ja, ich bin dort aufgewachsen. Ich gehe immer gerne zurück ins Thessin. Und ja, was dann richtig bedeutet, ja, kann ich jetzt nicht sagen, aber ist einfach etwas Schön für mich.